Jo Freunde, ich habe richtig gute Neuigkeiten für jeden von euch, denn wir können uns ab heute den neuen Chrompunk Skin hier einfach mal gratis in Fortnite freischalten. Viele haben nachgefragt, wann kommt der endlich rein? Ab heute, nach der Downtime von dem Update heute, können wir uns den endlich freischalten. Und ja, so sieht der aus, ich denke mal alle von euch wissen mittlerweile Bescheid und ich gehe nochmal kurz darauf ein, was wir jetzt letztendlich machen müssen, um den zu kriegen. Hypix hatte das gesagt hier, the free Chrompunk Skin Quest will go live after Downtime, also jetzt direkt nach der Downtime werden die live gehen, die Quests, die Aufgaben, um den freizuschalten. Und ganz wichtig, das Ganze geht bis zum 1. Januar 2023, also ihr habt bis zum Ende des Jahres Zeit, sogar noch Anfang der nächsten Season, müsst ihr euch jetzt nicht ballen, wenn ihr schon Level 300 seid, was weiß ich. Könnt ihr auch ganz entspannt nächste Season wohl noch machen und euch den abholen. So, was müssen wir machen dafür? Ganz einfach, wir können drei Sachen kriegen, einmal hier Rückenaccessoire, da müssen wir einfach 10 Konto Level machen, dann kriegen wir den Ladebildschirm, der sieht hier so aus, da müssen wir 25 Konto Level machen, steht hier auch rechts nochmal. Und für den Skin selber müssen wir 50 Konto Level machen. Was sind Konto Level? Ganz easy, Konto Level sind einfach nichts anderes als Battle Pass Level, heißt zwar anders, aber die Konto Level bekommt ihr auch gleichzeitig, wenn ihr im Battle Pass levelt, von daher ist quasi eigentlich dasselbe. Konto Level seht ihr übrigens irgendwo rechts im Reiter unter Konto oder irgendwas, neben dem Itemshop rechts, geht einfach rein, oben rechts seht ihr direkt Konto Level, da könnt ihr das nochmal nachgucken. Wie gesagt, nichts anderes als Battle Pass Level hatte ich schon ausprobiert und ja, mehr braucht ihr gar nicht machen, ab heute nach der Downtime könnt ihr euch den Skin dann freischalten, 50 Level und dann kriegt ihr einen gratis Skin. Das kurze Info für euch, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Like da lassen, teilt es mit euren Freunden, dass die auch Bescheid wissen, haben echt viele Leute nachgefragt und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video, haut rein und ciao.